Wir sind jetzt hier irgendwo beim Strand, okay. Da oben haben wir schon, da sehen wir schon das Papu-Ei. Da unten kriegen wir unser Trinkwasser her. Hier. Trinkwasser erhalten. So, das Papu-Ei. Können wir da oben natürlich, äh... Ist das das Papu-Ei? Ach ne, ja, stimmt. Mussten wir anders hin, stimmt, stimmt. Wir müssen von, müssen... Wir müssen hier raufklettern. Und von da an den rüberspringen, weil wir nicht durch die Palmenwedel, äh... Können. So, Papu-Ei haben wir auch. Da unten sehe ich, glaube ich, einen Fisch. Oder Dreck auf dem Monitor, je nachdem. Ich... Ja, es waren Fische. Wow, es waren Fische und kein Dreck auf dem Monitor, wirklich? Hey, komm her, kleiner Fisch. Ja, nehmen wir den Fisch da. Hallo, Fisch. Verdammt. Meeresfisch erhalten. Gut, den Fisch können wir mitnehmen. Wundert mich, dass wir die anderen nicht mitnehmen können. Meeresfisch erhalten. Ja, gut, wir waren wohl nicht wieder in der Reichweite. Drei Stück brauchen wir von denen. Meeresfisch erhalten. Kokosnüsse bekommen wir bestimmt auch irgendwo her. Wenn ich nicht mehr genau weiß, wo. War das nicht so? So war das. Ja, gut. Kokofrucht. Da haben wir nochmal. Wie viele sollten wir mitnehmen? Äh... Ich weiß gar nicht, wie viele wir mitnehmen sollten, ja? Okay, es fallen keine mehr. Okay, es fallen auch welche runter. Jetzt fallen aber keine mehr runter. Das heißt, wir werden wohl alle haben. Gut, wir haben das Ei. Wir haben die Kokofruchte. Wir haben das Fisch. Wir haben das Trinkwasser. Soweit ich weiß, haben wir jetzt alles. Soweit ich weiß. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir haben alles. Deswegen wuseln wir mal zurück nach Kairi. Und sagen, dass wir alles haben. Dass wir unseren schönen Proviant fertig haben. Mit der Zeit übe ich hier natürlich... Nochmal... Warte, wir sollten noch die Pilze sammeln, ne? Ja, wir brauchen noch Pilze. Da ist noch ein Pilz. Können wir aber nicht wegschieben. Kommen wir nicht ran. Schade. So, ich rede aber nochmal ganz kurz. Das hier? Ich mache eine Kette aus Talasa-Muscheln. Die Seeleute haben früher immer Talasa-Muscheln getragen. Man glaubt, dass sie vor Gefahr auf See schützen. Siehst du das? Sehr hübsch. Selbst wenn einer von uns unterwegs verloren geht, finden wir uns so immer. Wir drei werden immer zusammen sein. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Kleiner Scherz. Mal sehen, was noch fehlt. Zwei Pilze? Ich verlasse mich auf dich. Okay. Nur noch die Pilze sammeln. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Oh, wie wir gewonnen hätten, wäre er da gleich hochgesprungen, ne? Ein Pilz weiß ich sogar noch, wo der zu finden ist. Daran kann ich da rein? Schade. Wollte gerade sagen, daran kann ich mich nicht erinnern, dass wir da rein können. Ein Pilz weiß ich noch, wo der ist, aber dann hört das auch echt auf. Ich muss mal das automatische Drehen der Kamera irgendwie ausmachen. Irgendwie schwenkt mir das zu sehr. So, ein Pilz finden wir nämlich noch hier drin in unserem geheimen Ort. So, da haben wir einen Pilz. So, da haben wir noch hier drin in unserem geheimen Ort. So, da haben wir noch hier drin in unserem geheimen Ort. So, das ist ein Pilz. So, das ist ein Pilz. So, wie ihr gesprochen habt? Wir sind ein Pilz. Wir sind ein Pilz. Wir sind ein Pilz. So, wer sind Sie, ist nicht so, wie wir ihn aussehen müssen. Huh? So, wo bist du von? Du wirst noch nicht wissen, was hinter der Tür liegen. Also bist du von anderen Welt. Es gibt so sehr viel zu lernen. Du verstehst du so wenig. Oh ja? Du wirst sehen. Ich werde raus und lernen, was da ist. Ein sinnloser Effort. Ein, der nichts weiß, kann nichts verstehen. In welchen Welten erzählen. Ich frage mich, ob er jetzt immer noch die anderen Welten sehen will, wenn da so eine freaking Leute aus anderen Welten kommen. Aber es ist halt nur mal Sora, der hat, der schafft das schon. Den dritten Pilz. Wo kriegen wir den dritten Pilz her? Ich weiß es nicht mehr. Ich gebe es zu, ich weiß es wirklich nicht mehr, wo wir den dritten Pilz herbekommen. War das hier irgendwo? Hier drinnen oder so? Wo wir nämlich speichern können. Ui, toll. Jetzt reden wir noch mal schnell mit Kairi. Ich wollte die Insel nämlich abschließen, bevor wir, naja, Aufnahmepause und am Montag, also morgen, in den Livestream gehen. 18 Uhr, ne, für diejenigen, die das denn sehen wollen. Wie gesagt, jeden Montag wird das wohl jetzt ein Livestream geben von Kingdom Hearts. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Also, ich muss sagen, mir hat das Spiel doch ein klein wenig gefehlt. Aber immer die Playstation 2 und so anschließend war halt doof. So, jetzt geschehen noch. Mal sehen, was fehlt. Ein Pilz. Ich verlasse mich auf dich. So, keine Ahnung. Du bist ein Hoffnungsfall. Pilze wachsen im Schatten. Such an dunklen Stellen. Wenn dir Felsen im Weg liegen, schieb sie einfach weg. Suche nach unten. Suche auch unter dem Ausrüstungstor. Geheimer Ort. Ich verlasse mich auf dich. Ja. Du weißt, Riku hat verändert. Was meinst du? Na gut. 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 Was hat dich gefallen? Du bist der, 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 verändert sich, Kairi. Vielleicht. Du weißt, ich war ein wenig Angst vor. Aber jetzt bin ich bereit. Na gut. No matter where I go, or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. Sora, don't ever change. Huh? I just can't wait. Once we set sail. It'll be great. Donald. Entschuldige, dass ich ohne ein Wort aufbreche. Aber es braut sich großes Ungemach zusammen. Ich weiß nicht wieso, aber die Sterne sind einer nach dem anderen verloschen. Das bedeutet großes Unheil. Ich verlasse euch ungern, aber ich muss der Sache auf den Grund gehen. Es gibt jemanden mit einem Schlüssel. Dem Schlüssel für unser Überleben. Du und Goofy. Müsst ihn finden und bei... Ohne den Schlüssel sind wir verloren. Geht zur Stadt Traverse und suche Leon. Er wird euch den richtigen Weg weisen. PS. Entschuldige. Entschuldigst du mich bei Mini? Danke mein Freund. König Goofy. König Micky. König Möfe. König Möfe. König Möfe. Das bedeutet, dass wir einfach zu glauben. Bien. Ich hoffe, er ist gut. Gut. Dann lass uns. Ja, Möfe. Wir finden uns einen Geord und diesen Weg. Danke. Meident. Gäse, kannst du mich wohl nach dem? Natürlich. Wenn du jetzt fährst. Oh! Und um zu chronieren Ihre Reise, er wird Sie verabschiedet. Hier! Cricket ist der Name. Chiminy Cricket ist bei Ihrem Service. Wir hoffen für Ihre safe Reise. Bitte, helfe der King. Ihr kommt auch! Of course, Chiminy. Ihr Welt ist auch verabschiedet. Es war schrecklich. Wir sind verabschiedet. Und so wie ich sehe, ich bin der einzige, die es in dieser Kastel ist. Oh, genau. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Und während wir andere worlds, wir können nicht von uns reinigen. Huh? Wir müssen die Welt der Welt verabschiedet. Oh, ja. Genau. Welt der Welt? Oh! Oh, ich glaube, wir brauchen neue Dubs, wenn wir da sind. Hallo, da oben! Time to get to lunch, Drew! Anytime you're ready! Oh, 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 oh. Whisper!! All right, all right. Ich kann nur noch nicht warten, als wir auf die Verheilung haben, es wird großartig sein. Eine Wälder? Oh nein! Die Wälder! Zora! Essen ist bereit! Komm herzeln! Zora? Was ist das? Rikus Boot! Und Kairis! Oha, das ist unser schönes... Ich krieg sie nicht getroffen, natürlich nicht, wir haben ja mit unserem komischen Holzschwert nicht gerade die Möglichkeit, sie alle fertig zu machen. Deswegen laufen wir mal. Ich weiß gar nicht, ich glaub wir sollten laufen, ich bin mir selbst nicht mehr so sicher. Man kann hier übrigens... Ups! Aua! Man, geh von den Bäumen runter, Bengel! Man kann hier übrigens sehr gut leveln. Wo ist Kairi? Ich dachte, sie war mit dir. Die Tür ist örtlich. Was? Die Tür ist örtlich, Sora. Jetzt können wir zum Weltkirchen. Was bist du? Wir müssen uns finden Kairi! Kairi kommt mit uns. Als wir durchstehen können, wir können nicht zurückkommen. Wir können nicht sehen, unsere Eltern wiedersehen. Wir können nicht zurückkommen. Aber dies ist unsere einzige Chance. Wir können nicht die Angst uns verhörten. Wir müssen uns verhörten. Ich bin nicht Angst, dass die Schmerzen. Riku? Das Schlüsselschwert. Das Schlüsselschwert? Ja, wir haben jetzt endlich unser Schlüsselschwert. Riku ist in die Dunkelheit geraten. Typisch für ihn, weil er war ja schon immer ein bisschen draufgängerisch. Wie gesagt, hier kann man eigentlich so World of Warcrafts-Hauspark mäßig wunderbar leveln. Indem man nämlich hier die ganze Zeit diese kleinen Dinger ununterbrochen tötet. Es ist möglich, aber... Ja, ich würde mal sagen, wir machen es nicht, oder? Weil es ist irgendwie doof. Weil es tauchen hier immer wieder diese Gegner auf. Und man kann hier, naja, Portionen und all... Items sammeln und was weiß ich alles. Aber das machen wir nicht. Das machen wir natürlich nicht. Wir gehen natürlich zum Tor. Wir können hier natürlich ein kleines bisschen... Aber... Ich habe mich mal damit beschäftigt und war hier, glaube ich, bis auf Level 10 oder so. Und habe die ganze Zeit nur das gemacht. Es hilft einem im Spiel, glaube ich, ein bisschen weiter, aber... Naja... Dann hatte ich ganz viele Portionen hier zusammen, weil die das ja alle verlieren und so. Und wir können so ein kleines bisschen... Ein Level machen wir uns einfach noch. Und dann würde ich sagen... Gehen wir auf Endstation. Nämlich da hinten zu der Tür. Von der wir wissen, dass die jetzt ja geöffnet ist. Ich würde gerne noch ein Level haben, eigentlich. Da taucht aber doch keins auf. Okay, schade. Wir könnten natürlich auch in unserem Equipment nachgucken, was für ein Level wir haben. Oder beziehungsweise wie lange wir brauchen bis zum nächsten Level. Aua. 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 Es geben... Die geben halt nur einen Punkt. Aber wenn man sich da die ganze Zeit eine Stunde mit beschäftigt, dann ist das wie... Wie gesagt, wie die South Park-Folge bei World of Warcraft. Die... Die World of Warcraft-Folge bei South Park. Nicht andersrum. Andersrum wäre irgendwie komisch. So. Erledigt. Langt. Na langt. Wir gehen in den Geheimort. Hier werden wir dann wenigstens nicht mehr angegriffen. Wir gehen in den Geheimort. Wir gehen in den Geheimort. Kairi! Sora... Was ist das? Tja, alles verschwindet in unserer Welt. Wir müssen wieder gegen den Gegner, den wir schon einmal hatten. Au. Schade, diesmal hat es nicht so gut geklappt. Wir greifen wieder einfach nur seine Hand an. Komm nicht mehr ran. Bin ich gespannt, was er als nächstes macht. So, dass wir uns die Hand schnappen können. Abstand halten. Wieder zurück. Und die Hand angreifen. Das Übliche. Ihr kennt's. Wir wollen dafür natürlich... Alter. Wir werden hier geärgert. Ich hab hier irgendwie gerade ein bisschen Ambios-Probleme, weil die die ganze Zeit verschwinden. So, geht doch. So, wir sind wieder Level up. Aua. Was ist das? Greifen wir jetzt seinen Schädel an hier. Wir haben noch keine Anzeige, wie viel Leben er hat. Er ist aber erledigt. Sehr schön. Duh. Äh. Das war unsere Welt. Die Stadt Traverse oder Traverse Town, spricht man jetzt überhaupt so aus Traverse. Oh, ah, huh? What a dream. Ah, co! Das ist nicht ein Traum. Oh, wo bin ich? Oh, Mann. Weißt du, wo wir sind? Hey! Ist das alles seltsam hier. Ich bin in einer anderen Welt. Ja, jetzt sind wir vollends angekommen in der anderen Welt. Aber, wie ich ja sagte, wir werden jetzt eine kleine Aufnahmepause machen. Ich glaube, hier war der Speicherort. Wo war denn jetzt nochmal der Speicherort? Ich suche den jetzt gerade erst nochmal schnell. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo der war. War der hier? Im oberen Itemladen? Nö. Verdammt, wo war der Speicherort? Irgendwo konnte ich speichern, aber ich weiß nicht mehr wo. Oder war das hier? Da können wir speichern. Sehr schön. Gott sei Dank. Ich hatte schon Panik. Herr, rein spaziert. Wie kann ich behilflich sein? Ach, bloß ein Kind. Ich bin kein Kind. Ich heiße Sora. Okay, okay, beruhig dich kleiner. Warum so ein langes Gesicht, Sora? Hast du dich verlaufen? Nein. Naja, vielleicht doch. Wo sind wir hier? Hä? In der Stadt Traverse? Sag mal, Opa, ist diese Welt wirklich eine andere Welt? Nenn mich nicht Opa. Ich heiße Sid. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber auf deiner Insel sind wir bestimmt nicht. Hm. Ich sollte lieber Rico und Kairi suchen. Also viel Glück, was immer du vorhast. Und wenn du in Schwierigkeiten steckst, komm zu mir. Vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen. Ja, da haben wir Sid getroffen. Aber, wie gesagt, Aufnahmepause. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Wie gesagt, 18 Uhr. Und dann jeden Montag 18 Uhr, 18 bis 21 Uhr machen wir dann den Livestream von Kingdom Hearts. Weil, naja, ich will halt Kingdom Hearts unbedingt spielen. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe, es ist für euch so in Ordnung. Oder ihr sagt irgendwelche anderen Tage. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir finden uns da irgendwie zurecht. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Und ciao. Und bis morgen. Und tschüss. Ciao. Tschüss.